Hallo, ich bin hier in meinem Berliner Büro. Wir sind mitten in einer Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Und diese Sitzungswoche ist natürlich geprägt von den schrecklichen Angriffen auf Israel. Gerade gestern habe ich teilgenommen auch an einem Gespräch mit dem israelischen Botschafter. Und man kann erahnen, was die Menschen dort fühlen und wie grausam alles ist. Und natürlich mache ich mir, wie viele andere, auch Sorgen, wie es weitergeht. Aber es ist auch hier feststellbar, dass viele Menschen in Deutschland hoch verunsichert sind. Wir haben auch die Wahlen in Bayern und Hessen gehabt, wo die SPD massive Niederlagen einstecken musste. Wie im Übrigen auch die anderen Parteien, die die Ampelregierung mit unterstützen. Wir haben gesehen, dass häufig die Erfolg hatten, die einfache Antworten gegeben haben. Aber das, was ich die letzten Jahre immer wieder hier erlebe, ist, häufig gibt es nicht Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß. Sondern natürlich gehört zur Politik auch der Streit, die Auseinandersetzung. Und am Ende muss aber auch ein Kompromiss möglich sein. Das hat, glaube ich, die Ampel in den letzten Wochen verpasst, das den Menschen zu zeigen. Sodass viele den Eindruck hatten, die streiten sich eigentlich nur und kümmern sich nicht um die Dinge, die mir jetzt wichtig sind. Deswegen haben wir, glaube ich, in diesen Zeiten ganz, ganz viel miteinander zu besprechen. Und als Abgeordneter fühle ich mich auch in der Pflicht, Dinge anzusprechen, Dinge zu hinterfragen und auch Kritik zuzulassen. Ich habe Social Media in den letzten Wochen so genutzt, dass ich versucht habe, auch politische Inhalte zu transportieren, mich der Diskussion zu stellen. Und ich habe gesehen, dass es die unterschiedlichsten Reaktionen gibt, dass es einen Bedarf gibt, in den Austausch über große Fragen zu treten. Auch auf diese Art und Weise. Bislang habe ich überwiegend das im direkten Gespräch gemacht, in Fußgängerzonen, an Infoständen, in Veranstaltungen. Aber ich sehe zunehmend, dass auch hier eine wichtige Möglichkeit besteht, um über große politische Themen ins Gespräch zu kommen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in den nächsten Wochen auch Social Media verstärkt zu nutzen, um miteinander zu diskutieren, um Dinge zu hinterfragen, um einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Demokratie. Und gerade auch in Zeiten der großen Verunsicherung. Und deswegen möchte ich alle einladen, hier mit mir in diesen Diskurs auch zu treten. Mit mir zu diskutieren, mit mir Lösungen auch anzusprechen, Vorschläge zu machen, Anregungen zu machen, aber auch Kritik zu üben. Ich bin gespannt, wie wir die nächsten Wochen hier Social Media mäßig gestalten. Aber ich freue mich auch drauf.